Wichtig zu lernen vor allem ist Einverständnis. Viele sagen ja und doch ist gar kein Einverständnis. Wir machen heute die 24 Stunden. Wir machen heute die 24 Stunden. Ein Nein an sich ist eine Schwachungskarte, eine Negativungskarte. Ein Nein gibt ohne Keine. Wir machen heute die 25 Stunden. Ja. 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 Ja.